Hallo und herzlich willkommen in meiner Praxis Seelenklopfen. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich bin Sabine König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich spezialisiert darauf, wie man Depressionen, Angststörungen und Burnout auf alternativen Wegen überwinden kann. Ich bin selber viele, viele Jahre depressiv gewesen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Wenn man ständig müde ist, wenn man antriebslos ist, wenn man von Ängsten erschüttert wird, wenn man so wenig Urvertrauen hat, wenn man sich selber ständig überfordert und nicht so richtig in seiner Mitte ist, wenn man sich selber nicht lieben kann und all diese Dinge. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und mir haben früher auch Therapeuten gesagt, Depressionen wären nicht heilbar. Ich könnte nur lernen, damit zu leben. Und weißt du was? Nach meiner Erfahrung stimmt das nicht. Natürlich kann man das überwinden. Ich habe es auch überwunden und ich habe heute so viel neue Lebensqualität, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten, dass das geht. Und wenn du auch betroffen bist und du suchst jemanden, der dir keine Antidepressiva verschreibt, sondern der dich wirklich an die Hand nimmt und dir den Weg zeigt, einen Weg. Es gibt viele, viele Wege, die nach Rom führen, aber ich kann dir meinen Weg zeigen, der hat nämlich funktioniert. In meinem Behandlungskonzept geht es vor allen Dingen darum, mit Liebe daran zu gehen. Depressionen kann man nur mit Liebe überwinden, nicht mit Kampf. Du kannst dich nicht bekämpfen, das wird nicht funktionieren. Es geht darum, dass du dich selber lieben lernst, dass du wieder zu deiner eigenen Wahrheit zurückfindest und in deine Mitte kommst. Und das kannst du mit der Klopf-Akkupressur EFT lernen. Die zeige ich dir, die bringe ich dir bei. Das ist die Technik, mit der ich hauptsächlich arbeite. Und was man damit für grandiose Ergebnisse kriegen kann, das zeige ich dir gerne. Schau dich gerne auf meiner Website um unter www.seelenklopfen.de. Da kriegst du viele Informationen über Depressionen, über Angststörungen und auch über das Klopfen. Schau dich auch gerne auf meinem YouTube-Kanal um. Ich habe schon ganz, ganz viele interessante Videos gemacht zu verschiedenen Facetten der Depression und zu verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen. Und wenn du magst, wenn du mit mir arbeiten magst, dann komm gerne in mein Coaching. Und ich zeige dir, wie ich das geschafft habe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Sabine.